Viertens, der Student der Rechtswissenschaft, Lagoj Siminov Popov, zuletzt in Berlin. Fünftens, der Schumacher Vassil Konstantinov Tanev, zuletzt in Berlin. Die Zeugen und die Sachverständigen wollen sich an die Worte erinnern, die ich eben gesprochen habe. Und was die Zeugen angeht, so möchte ich noch besonders sagen, dass es hier ja auch ganz besonders auf Genauigkeit ankommt. Also, dass nichts gesagt werden darf, selbstverständlich, was der Überzeugung des Zeugen vollständig entspricht. Und dass die Zeugen, nachdem die Sache auch einige Zeit zurückliegt, sich genau prüfen, inwieweit sie die Bekundungen, die sie nun machen, machen können. Mit gutem Gewissen. Andererseits allerdings sich auch nicht beeinflussen lassen durch das viele, das muss ich an der Stelle hier hervorheben, was über die Sache geschrieben worden ist. Das besteht nicht. An jeder Zeuge muss sich selbst fragen, was weißt du von der Sache und wie hast du dich darüber dem Gericht gegenüber, das in dieser Sache zu entscheiden hat, zu äußern. Das ist ja, das ist ja, das ist ja.